Kennst du die Figuren im Miraculous Ladybug, die sich dem Akuma widersetzt haben? Da hätten wir zum einen Chloe. Sie war die erste Figur in der Serie, die zeigte, dass man Akuma widerstehen kann und ihre Hingabe zu Ladybug hat ihr dabei geholfen. Dann wäre da noch Alja. Sie wurde in Lady Wi-Fi verwandelt und konnte die Verbindung zu den Akuma unterbrechen, nachdem Ladybug ihr gesagt hatte, dass sie ihr vertraute. Dann Felix, einer der klügsten Charaktere in der Serie, wusste, dass Gabriel Hawk Morph war und konnte dem Akuma sehr leicht widerstehen. Dann Nino. Nino wurde akumatisiert, weil er dachte, dass es eine Beziehung zwischen Alja und Cat Noir gab, aber als er herausfand, dass dies nicht stimmte, brach er die Akuma-Verbindung ab. Als nächstes wäre da Sabine. Dank Ladybug erkannte Sabine, was sie tat und konnte dem Akuma widerstehen. Und zu guter Letzt wäre da noch Chloe, die mit der von Hawk Morph verliehenen Macht nichts anfangen kann, wodurch sie wütend auf Hawk Morph wird und den Akuma unterbricht. Wollt ihr weitere Charaktere sehen, die Akuma widerstehen?